geht es ja das geht auch nun oder ich tendiere dazu eher das passt dann ist hier alles im Kasten also so Kasten mäßig ne um mehr am meisten hier noch so vielleicht noch rein tun oder kann ich eine Zwischenzeit so lange es brennt nicht noch nach unten gehen guck mal so meine meinen Töten macht und wie weit sie über die Welt und die schon ist oder so auf ja ich glaube ich weiß an was es liegt auch er und sie um m die 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 A-L-L ja genau Und dann Excavate, Excavate, na ne, warte, jetzt hört er komplett auf. Jetzt muss ich das am besten abbauen, ne, genau. Dann wird er nach oben. So. So. So, dann gehe ich nochmal zu den drüben, ach, schade. Immer schön mitnehmen. So. So. Genau. Ähm, so. Ähm, nee. Wenn ich einfach nur mal so. Genau. Dann bräuchte ich nochmal, warte, da müsste, müsste, nein, es nicht. Ich hab' ich keinen, lol. Okay, na dann, kurz mal Kohle suchen. Ähm, so dass halt viel ist. Das ist, äh, gut. Ähm, dann muss das halt richtig, äh, wie es sein kann. Ähm, guckum. Das von ja auch nur 800 Ousser-Sundung. Ja, dann sag ich mal, das muss sehr vermessen sein. Gell. Und gut. Ist hier vielleicht? Nee. Ja. Jetzt ist es normal Minecraft-mäßig. So. Ja, sorry, dass ich so leise bin. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich muss mich manchmal konzentrieren. Äh, unsinnig halt konzentrieren. Yes. So. Ähm, so. Ja, das müsste reichen. Set müsste reichen. Also. Ähm, Re... Als... Re... 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 Real... A-L-L. Bitte rein. Und so. Prefuel-All. Ex... Äh... Karate... 20. Soll ich nicht mehr... Na komm, nehm ich 30. Nee. Oh, 20 ist schon in Ordnung. So, gut. Jetzt geht ja alles ab. Oh. Hey, nicht cool. Halt. Ey, ich hab 10 eingestellt, gell? Egal, jetzt macht einfach auf 20. Das wird schon in Ordnung sein. Oh, jetzt zieht so da so seine Bahnen. Klack. Und weiter. Ja. So, dann zieh mal da seine Bahnen. Jetzt wird er gleich die Fackel abbauen. Genau, macht er hier noch den ganzen Marble. Ja. Das ist in Ordnung. Dauert zwar etwas länger, aber... Ja. Halt auch ein bisschen mehr Marble. So, genau. So, kann ich ja erstmal auf die Kiste zugreifen und den ganzen Marble hier rausnehmen. Und den dann so machen. Noch mal Marble. So, 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 und so, und ja. Wie immer. Einmal bei Böfrig. So, da kann ich mal die ganzen wertvollen Sachen nehmen. Ja, der Rest kann da bleiben. Wo ist er? Ah, da ist er. Ah, ja, jetzt ist er schon. Da hinten. Na, dann sieht man sich in einer Stunde wieder. Ja. Ab vor einer Stunde. Ich nehm schon wieder fast eine Stunde auf. Meine Fresse. Ich hab fast nichts gemacht, ne? Jetzt hab ich ungefähr schon drei Stunden Material, ne? Na, ja. Blinkt der? Oh. Der Strom. Ähm. Da macht der Strom Stress. Warum macht der Strom jetzt Stress? Okay, warum bekomme ich da jetzt Damage? Ähm. Das nicht, äh, ist isoliert, ne? Deswegen. Okay. Ich habe wahrscheinlich gar kein Boah, Leck. Ähm. Nichts, ne? Nee. Ich hab nur vier. Naja, wird schon gehen. Warte, tue ich es mal raus, sodass ich hier wieder aufladen kann. Vielleicht ist es sich mein hinterher, da habe ich Kohle. Ja, ich hab Kohle. Wenn mal so, ne, nicht so viel. Sechzehn wird schon reichen, denke ich. Dann lade ich nämlich den Generator da hinten. Ähm, so. Oh go. Das gibt ja nämlich hier richtig ab. So. Und dann müsste ich, an den kann ich das dann wieder reintun. Ah ne, so. Genau. So, den Basalt jetzt so machen. Ähm, ja. Komm, gib nochmal einen Basalt her. So, dann geht's nämlich wieder auf. So. Und zack, 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 zack. Ja. So. Genau. Hm, da ist noch frei. So. Hm, aber da draußen ist noch das, genau. So. Ja, könnte ich das wieder abbauen. Und das da wieder hin. So. Ähm, ja. Müsste ich noch ein bisschen mehr Gestein abbauen, ne? Das ist immer das gleiche. Naja. So. Nein, Mist. Äh, so. Jetzt. Sorry, dass ich halt auch so, ja, ruhig werde. Ich bin grad mega müde. Ich weiß auch nicht warum. Ja gut, ich bin gestern um eins erst ins Bett, aber. Ja. Oh, vielleicht passt es sogar. Ähm, ja. Würde sogar, glaub, passen. Ich bin jetzt nicht sicher, aber ich denke schon. Nein, doch nicht. Nein, wird nicht. Genau um eins. Oh mein Gott. Ähm, warte, ich hab doch eins auch verloren, gell. Und du hier so an den Ecken. Komm schon. Menuh. Okay. Um eins fehlt's. Um zwei. Okay, naja. Ja, geh ich kurz nochmal nach unten, gucken, wie weit die Mining Turtle ist und ich glaub, dann höre ich auch auf, äh, ja. das reicht mal wieder. Dann sollte ich mal endlich alles komplett rendern. Und ja. Oder hinten ist er. Ja. Ne? 20. 20 auf 20 und das ist alles nach unten. Ja, dauert schon. Vor allem, weil das hier immer überfliegen muss. Komm, hab ich 20 genommen, warum nicht 10? Na ja. Na ja. Gut, ja, da hat er nichts reingepackt. Heft ihr mal ein bisschen. Was hast du denn? Ähm, okay. Das kann ich schon mal mitnehmen. Genau. Oh, da wartet der. Aber. Däh, 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 däh. Genau, okay. Na dann. Ähm, lol. Ähm, okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, äh, ich bin hier das mal wieder und werde das jetzt rendern. Und wir sehen uns ja bei der nächsten Folge. Ich hoffe. Dann, äh, bin ich ein bisschen aktiver als sonst. Äh, und ja. Dann, äh, sag ich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.